So, da sind wir schon wieder, und, ja, wird hier oben ein bisschen geguckt, in der letzten Folge, so, wir gehen jetzt wieder runter, da haben wir noch so ein, zwei Aufträge zu erledigen, so, Quests hatten wir alle, ja, kann ich euch helfen? Jo, und gucken wir mal, wo es uns jetzt hin verschlägt, auch wieder der in die Richtung nach da oben, hier, ist der hoch, Oh, das ist das Obermonokel, das holen wir uns später, da können wir dann vielleicht von dem Flugpunkt, von dem Flugpunkt, darüber fliegen, scheiß wird der, alles im schlimmen Dorontal, wohl vielleicht können wir uns dann auch schnell, oh, einer, falscher Kugel, Können wir denn hier rumlaufen? Jungtie, spinne, hm. Aber, wenn ich umbringe, macht einen nur noch stärker. So, So, Seh mal, woher auf dem Friedhof angekommen? Was ok, das ist yielding. Ah, da sind noch schon wieder, Ich bin grad, Die Krieger sind schon ein bisschen hart weg. Jetzt sammeln wir erstmal die ganzen Blumen. Ich höre, dass man den Blitz nicht mehr so weit werfen kann. Ich höre, dass man den Blitz nicht mehr so weit werfen kann. Wenn es die Kritik, Wünsche oder Anregungen gibt, einfach melden. Einfach schreiben in die Kommentare. Ich höre unten rein. Ich denke mal, finden wir schon eine Lösung drin. Wenn ihr irgendwas bestimmt gesehen wollt, will ich vielleicht mal einen Dungeon machen. Wenn der Dungeon startet, dann ist die Aufnahme startet. Weil der Dungeon dauert halt auch eine Weile. Und dann gibt es halt jetzt wieder das nächste Problem. Ich habe jetzt keine Leute, mit denen ich das jetzt so spontan machen könnte. Ein Dungeon. Und da wird es schwierig, dass ich... Was wollte ich sagen? Da wird es halt schwierig, dass ich das in Dungeon dann alles zeigen kann. Weil ich laufe dann halt quasi mit denen... Ich kann auch nicht beeinflussen, was für ein Dungeon dann ist. Und ja, es wird dann halt schwierig. Aber Hauptsache, dass ihr mal gesehen habt, ein Dungeon dann mich als Heal. Ob ich das überhaupt kann. Heal habe ich früher viel gespielt bei Star Wars. Habe ich ja auch als Let's Play angefangen. Aber das wurde noch nicht so viel geklickt wie das WoW. Deswegen werde ich jetzt wissen, wenn mein Fokus geht auf das WoW. Dann Wirtschaft Simulator. Ja, werde ich auch. Ich werde gucken, dass ich alles so ein bisschen am Laufen halte. Aber... Am größtenfalls werde ich mich wohl auf... ...laufen. Ja, werde ich auch. Ich werde nur wenig konzentrieren. Das war sowieso mein Hauptaugenmerk. Erstmal, weil ich es selber nicht kenne. Daraus kenne ich sehr vieles. Also wie gesagt, ich habe das SideRelease damals gespielt. In den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so extrem. Aber ich habe im Modum, dass ich wenigstens die Grenzen... Ja, Erweiterung. Jedenfalls die Erweiterung habe ich schon mal alle gespielt. Bis auf den letzten Raid kenne ich ja. Das haben wir es alle. Teilweise in- und auswendig. Gut, ich weiß nicht ob es jetzt noch so ist. Aber falls ihr da irgendwas... Irgendwelche... Da könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Oder wenn ihr da irgendwas habt, auch einfach in die Kommentare. Nachricht an mich oder hier auch immer. Und wenn es gefällt, Daumen hoch. Und auch wieder da lassen. Würde mich freuen. So, jetzt habe ich hier draußen alles getötet. Und jetzt muss ich da rein. Na dann. Und Bilderarbeit. Na ja. Weiter nix. Ich gehe jetzt noch auf den Platz. Und jetzt wird es auch auf der Seite. Und hier geht's wieder. Hier geht's weiter. das ich habe ich vielleicht mal zwischendurch spontan und dann schon aber Was ist denn mit uns passiert? Ich habe einen Morgenfluch. Nein! Ich bin verflucht. Tagebuchseiten. Was fehlt denn hier noch? Absurdierte Nachteile. Ich habe mich ja gewundert. Es hat sich doch noch gelohnt, sie alle zu tun. Aber dass er andere sind. Aber wie gesagt, das holen wir jetzt erst mal nicht. Wir werden verfolgt. Das werden wir wohl schaffen, vor denen zu pflichten. Ups. Dein Stoff habe ich auch wieder. Ehre dem Königfreund. So, bring Karol, Karol's Notiz zu Jonathan Treuwein. Seit vorsichtig. Ich habe den Namen, habe ich schon mal den Namen gelesen. Hier drin ist der. Hier drin ist der. Na, was mit Schatten, die Stärken ist. Ja, was ist? Beallt euch, aber dringende Aufgaben. Entschuldigt den frostigen Empfang. Aber ich ist sicher klar, dass ich ein äußerst viel beschäftiger Mann bin. Und dafür bekommen wir... Schön, aber. Können wir sogar anziehen. Kann ich euch helfen? Schade. Heildrecken brauche ich auch nicht, aber Manaträcke könnte ich gebrauchen. Kann ich euch helfen? Schade. Oh, wir haben einen Fortschritt. Einwohner von Dunkelheim. dann quasi das erste Questgebiet von Dove Hallen fertig Hallo ich sage euch doch es ist richtig nicht lohnt ihr habt sie geholt ich weiß nicht ob ihr mutig oder verrückt seid im Namen meiner Archive danke ich euch hier doch erneut Ritimlegende von Star Star Wars zurück zu Tobias Dunst man sieht sich zum roten Rahmen kann ich euch helfen bringt er in den Zölmisaft Bettler Schlupf seit gegrüßt möchte ein wenig in den Wagen Stiftung aber eigentlich muss ich erst mal n n hier sieht man können wir auch dann nachher noch recht ein bisschen Kraft und Melonensaft und Melonensaft stellt mal nachher hört sich doch gut an z na na zuviel na komm verkaufen wir den wieder zurück mit Sekunden 15 Wasser mögen eure Reisen sicher sein gut das war erledigt das war das war das ist mir n n n n dunst n bringt Madame Eva den Vermehring der Dunstmantels Möge das Licht des neuen Monds euch leiten Aber erstmal werden wir oben in das Versteck gehen ins Bettlerviertel Bettlerschlupfwinkel So wird das ja hier beschrieben Schönen guten Tag Ich bin nicht besorgt Ihr bitte schön lieber Freund Nimm dieses als ein Zeichen meiner Tankbarkeit Inke Nusskisten zu verhalten Also ein bisschen nervig ist so was schon ne Hab ich den hier vor Schindschuh So Hm 3 4 6 4 3 4 6 ok die sind weniger und da auch noch mal die leeren hexenmeisterin ich helfe 25 Hexer sind auch cool aber Hexer mag ich nicht so wir sind schon fast zu weit weil die sich nicht selber heilen können und reinigt die Deklöse wie interessant es ist lange her dass ich einen solchen Ring gesehen habe und der von mir Ring der Dunstmantels nördlich der Stadt so mal kurz gucken in dem alten Anwesen schon sehr gruselig hier jetzt können wir den Ring benutzen ich schreit schreit ... ... ... ... ... ... i can't believe Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, das war's. Streit unter Brüdern. Mal gucken, ist das hier oben oder ist das unten? Das ist immer so. Das muss hier irgendwo drinnen sein. Gifte. Hier beim Tobias. Oh. Wir sind verbunden durch einen gemeinsamen Feind. Nö, geht doch. Gleich zwei Stück fertig. So, jetzt geht's eine weite Strecke. Die wir reiten müssen. Aber. Schuh. 25er Schuh. 3, 5. 3, 4, 6. Okay. Die kann ich quasi entzaubern. Ja, wie gesagt, das Craften werde ich dann wahrscheinlich was will ich tun. Ich habe auch noch ein paar andere Reittiere. Wenn euch dieses Reittiere nicht gefällt, ist zwar, es gehört halt zu der Klasse das Reittier hier. Das ist quasi das Reittier, was man dazu kriegt, wenn man die leeren Elfen freigeschaltet hat. Freischalten. Ja, wie schaltet man sie frei? Das ist ein sehr langen Video im Prozess. Also, ich habe auf Argus die Daily Quests gemacht. Plus Weekly, um halt, man braucht bei den Argumentum Vorstoß, braucht man den Ruf. Das ist das, respektvoll. Also, den letzten. Ehrfürchtig, erfürchtig, es ist so, es ist, stimmt. Dann braucht man, um da, um die freizuschalten. Und den Rest, wie gesagt, seh, habt ihr dann selber gesehen. Ich muss halt so eine Einführungsquest machen. Quasi, die ich im Folge 1 gemacht habe mit meinen Main-Charen. Jo, na, ihr seid mir ein munteres Persönchen. Klieder der Meute. Eister Harris hat ihn davor gewahrt, dem Schicksal seine, um das weiter nachzugehen. Lang lebe grau Mähne. Mit fünf Leichen. Fünf Stück Leichengras. Morgen auf Jorgen. Da suche den Haufen lockere Erde auf Jorgens Bauernhof. Morgen auf Jorgen. Naja, ganz cool gemacht. Der Name jedenfalls. Genug der Plauderei für heute. So, da haben wir noch. Ich dort, doch. Die Hefe. Der, 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 der Splitterfäuste. Ziehe den Ehrenfreund. So, dann wollen wir doch mal. Loslegen. Na, gehen erstmal da oben die zwei Sachen mal. Ich wette mit dir, mit dir sage ich mit euch, dass wir dann nachher nochmal hier in dieses Gebiet müssen. Aber, naja. Oder vielleicht, aber ich jetzt schon das Leichengras hier, aber naja. Oh, hier war's. Das ist nicht so, dass es so was. Das ist so, dass wir hier in der Nähe gehen können. Ich weiß nicht, dass wir hier in der Nähe gehen können. Ich weiß nicht, dass wir hier in der Nähe gehen können. So, haben wir dies schon mal fertig. Und jetzt nur noch ein Haufen lockere Erde. was war das der hat mich hier voll gut geben wir schon mal die zwei quests ab zu lange waren wir von mauern umgeben gleichen gras check und die erde wir haben schon 50 größer zu sehen die ganze kösterei habe ich schon geschafft aber den erfolg haben wir quasi freunde von grau männer sind auch meine freunde das muss das erfahrt das schönen tag noch nur aber die ist auch noch ein paar kreis die wir noch schnell erledigen müssen und das ist nicht wie lange die Schumpen sind Aber, ne, er dauert an, wird dies ja auch nicht so dramatisch. Ich bin außer Reichweite. Jetzt, man sieht, dass ich mich noch ein bisschen mehr mit dem G-Star beschäftigen muss. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass, wenn ich Wahnsinn dazugekomme, die deren Eruption sich länger hält. Ich habe noch nie drauf geachtet. Ich habe meine Wüste, schon einmal als Superklasse, aber noch nie so großartig gespielt. Gleich auch mit meinem Druin-Center. Das schaffe ich nicht. Ja, wenigstens kundig noch Schuss abfeuern. So, wir gucken, wie viel wir es schaffen haben. Ne, ja, das schaffen wir jetzt auch noch. Hier schnell noch rein den Hauptrober töten. Ich hoffe aber nicht, dass die Öl sind zu groß ist. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Das ist doch eine bisschen größere Höhle. Das ist doch eine bisschen größere Höhle. Wo ist er denn? Da ist er doch. Schellt rein. So. Jetzt einmal hier raus. Flux. Flux. Wenn ich richtig laufe. Da müsste ich eigentlich. Hm. Oh. So. Dann gehen wir jetzt noch kurz zurück. Geben die Quest schnell ab. Und dann sind wir auch durch für heute in der Folge. Ich denke, ich habe ein bisschen überzogen, aber... Ne, ist ja jetzt auch nicht so extrem schlimm. Gut. Danach werden wir uns dann nach da hinten begeben, falls nicht noch mehr Quest jetzt hier auftauchen. Gucken wir mal. Einmal Quest abgeben. Ach, die sind da hinten. Ne, dann werde ich erstmal darüber laufen und dann die Quest da drüben abgeben, aber... Seid gegrüßt. Was schaffen wir in dieser Folge nicht mehr? Und ich würde sagen, dann geht es hier in der nächsten Folge. Mein nächstes Mal um.